Willkommen, mein liebes Bowling-Universum. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Und wie ihr sehen könnt, mit der Schlitzauge testet wieder Bowling-Bälle. In dem Fall den Motive Jackal Goes, den Klassiker, würde ich sagen. Der längste asimetische Ball auf dem Markt. Dann würde ich schon mal sagen, viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020